Ich habe hier eben gerade Fusionskerne hier rausgeholt. Die brauche ich ja ne? Für die Powerrüstung oder auch für die Laserwaffen? Ne, Fusionszellen, ne? Fusionszellen sind für die Laserwaffen, ne? Und Fusionskernen sind für Powerrüstung, ne? Okay, ah, die habe ich ja draußen geparkt. So, okay, dann gehen wir hier wieder rein. Ja, ich habe einige Fusionskerne jetzt dabei. Ich hoffe, das reicht. Kann ich die auch, warte mal, die kann ich auch direkt rein tun, oder? Nimmt er die dann auch an? Warte mal. Ne, habe ich hier gar nicht, warte mal. Ich habe doch eben Fusionskerne mitgenommen. Ja, aber ich habe eben doch Fusionskerne mitgenommen. Warum wird das im Inventar denn? Das ist nicht angezeigt. Hä? Naja, vielleicht geht das auch nur bei der Powerrüstungstation, oder? Okay. So. Ah ja, waren das doch nur Zellen? Ich dachte, ich hätte Kerne gelesen. Naja. Boah, jetzt laufe ich hier. Na ja, immerhin habe ich dann Munition für meine Laserwaffen, denn. Ja, Kerne sind... ...aber trotzdem... ...selten, hier, ne? Aber wo sehe ich überhaupt jetzt meine Energie dann? Von dem Kern. Wo wird die angezeigt? Links ist meine... ...meine Energie... ...äh, meine Lebensenergie und... ...rechts ist... Wo sehe ich denn das? Wo ist sie? Ach, hier bin ich. So, ähm... ...ich habe nämlich gerade nur auf die Anzeige geachtet. Ja, wenn man weiß, wo es die gibt, dann sind die bestimmt nicht selben. So. Aber ich sehe gerade nicht, wie viel meine Power-Rüstung noch an, äh, also wie viel, also Energie der noch hat. Ist das da, da, wo dieser Chor ist? Ach, das könnte das sein, ne? Wo Chor steht, ne? Das ist das, glaube ich. Ah, okay. Ja, habe ich ja wirklich nicht mehr viel, ne? Ja, was machen wir denn da? Dann lasse ich die ja gleich mal hier, ne? Weil es bringen wir jetzt nichts mit der Power-Rüstung jetzt großartig rumzulaufen. Wenn die kaum noch Energie hat. Da. Na gut. So, ich gucke noch mal. Ich glaube, so eine Kerne hatte ich hier gar nicht. Aber warte mal. Ich wollte ja die Leute mal ausstatten. Ich will mal gucken, ob das überhaupt was bringt jetzt, wenn nicht. Wo sind die denn jetzt alle? Na, wo sind die denn? Ah, hier. Die Depressive. Warum denkst du, wir seien Freunde? Ich will nur ein bisschen handeln. Echt. Das billige sich ein. Habe ich hier irgendwie was gesagt? Das, naja. Ich klaue ihr mal das Wasser. Die Melone. Hihi. Und da kriegt sie aber... Warte mal, ich habe doch... Ähm, mal gucken. Waffen. Hier, kriegt sie eine Impro-Pistole noch. Ähm. Moment. 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 Mal nach Wert sortieren. Ja, ich glaube, das kann sie haben. Okay. Und dann kann ich ihr mal noch Kleidung geben. Guck mal, da kriegt sie ein Kleid. Ist ja eine Frau, also kann sie auch ein Kleid bekommen. Und noch... Das Kleid hat sie ein bisschen Auswahl. Vielleicht gefällt dir das auch. Das... Okay. Dann ein bisschen Rüstung. Ähm. Aber ich würde sie wahrscheinlich eh nicht anziehen. Was? Nix. So. Ähm. Ich wollte mich auch nochmal ausstatten. Moment. Kleidung. Sonnenbrille. Und hier in die Polizei. Sonsten. Okay. Okay. So. Sehe ich jetzt aus. Okay. Und so. Was machen wir jetzt? Bin jetzt trotzdem noch, glaube ich, zu voll, oder? Warte mal. Ich weiß gar nicht. Oh ne, es geht eigentlich. Okay, gut. So. Dann würde ich sagen, gucken wir mal auf der Karte, wo wir jetzt mal nochmal hingehen könnten. Und da haben wir schon mal Red Rocket Station. Das ist ja meins. Da die Farm. Braugen die eventuell noch irgendwie hilft? Weil ich könnte einfach mal da hinreißen. Ich soll da genauer hinschauen bei den Interaktionen. Ach so. Man muss ihnen das auch noch sagen. Oh, das habe ich jetzt ein bisschen zu spät gelesen. Ah, hier. Mal sehen. Vielleicht haben die ja noch irgendwas. Hä? Wo brennen die ja? Ah. Ah. Aha. So, so. Und ich? Ich will nur etwas Ausrüstung mit dir tauschen. Na klar. Aha. Okay. Was hat die denn so? Ah, Kronkurgen. Kann man ja nochmal ausprobieren. Habe ich da jetzt irgendwas, was ich ihr jetzt mal geben kann? Ah, die kann die haben. Die hat, macht nur Schaden. Zehn. Okay. Will ich mal gucken. Und jetzt? Ah. Okay. Aber die hat gar keine Munition, oder? Dafür. Die kann ich auch gar nicht geben. Die brauche ich selber. Ne, ist auch Quatsch. Wenn ich... Soll sie lieber die Schrotpistole behalten. Naja, gut. Weiß ich Bescheid. Fürs nächste Mal. Hi. Willst du was kaufen oder verkaufen? Wie geht es dir so? Ist nicht viel, aber ich habe ein paar grundlegende Dinge. Munition, Medikamente und so. Ah, okay. Gut. Ja, mal gucken, was die so hat. Ich glaube nicht. Großartig. Vielleicht sagst du das beim nächsten Mal sofort, statt meine Zeit zu verschwenden. Na? Muss ja wissen, was du hast. Hallo Freund. Preston Garvey. Von den Minutemen des Commonwealths. Schön, dich zu sehen. Ich fühle mich sicherer, wenn ihr wieder hier seid. Ich will nur ein bisschen handeln. Wir sind immer bereit zu helfen. Okay. Naja. Hat er auch nichts. Okay. Ich denke drüber nach. Tja. Dann gehe ich mal wieder an die Arbeit. Schön, dich kennenzulernen. Hm. Naja. Hier gibt es auch nichts weiter. Würde ich mal sagen. Gehen wir mal wieder. Und zwar gehen wir jetzt mal. Ist hier irgendwie noch was, was sich noch in der Nähe erledigen kann. Concord und Museum der Freiheit. Muss man da irgendwie noch was machen? Dickicht Ausgrabungen. Warte mal. Ähm. Begib dich nach Diamond City. Den Stecker ziehen. Repariere nur ihre Rohre. Okay. Wo haben wir das denn? Das können wir ja mal machen. Mal sehen. Hm. Das haben wir abgeschlossen. So. So. Wo wird das jetzt angezeigt? Hm. Wo ist denn das? Nehme ich das erstmal raus? Nehme ich das? Wo ist das? Wo ist das? Ich sehe es nicht. Das wird angezeigt. Hey. Kann ich die Markierung nicht wieder wegnehmen hier? Die brauche ich doch gar nicht. Auf Kade zeigen. Aber ich sehe es nicht. Da ist das doch nicht. Stich nicht. Und die sind aber nicht sehr zufrieden da. 12%. Mal sehen was Sammy schreibt. Hm. Ich greife da jetzt einfach mal hin. Vielen Dank. So, warum sind die hier so unzufrieden? Wollen wir mal rausführen, was? Ähm. Ja, ich weiß auch nicht, warum mir das jetzt nicht angezeigt wurde. Wo ich diese Rohre reparieren soll. Naja. Was ist hier los? Warum... Ein Siegler. Hier sind wir. Nicht gerade das Paradies, aber wo gibt's das schon? Mit harter Arbeit könnte es hier irgendwann ganz okay sein. Ich bin gerne bereit, dir zu helfen. Du musst es mir nur sagen. Brauchst du was? Brauchst du irgendwas? Um ehrlich zu sein, sind unsere Lebensmittel knapp. Wenn du da was machen könntest, wäre das toll. Ja, was... Können wir ein paar Sachen tauschen? Na klar doch. So, was soll ich machen? Jetzt hab ich grad nicht aufgepasst. Aber warte mal, hier waren wir doch schon mal. Ich bin neu hier. Hier haben wir doch... Haben wir das... War das hier nicht? Wo ich diese Antenne gebaut habe? Diese Funkdingens? Nein, kann sich niemand an uns anschleichen. Doch, das haben wir hier doch gebaut. Kann ich hier draußen irgendwie helfen? Ähm, brauchst du was? Brauchst du irgendwas? Die Lebensmittel sind knapp. Das ist hart für uns alle. Ja, ich weiß. Bei dem Steinbruch war ich schon mal. Ähm... Ich wusste jetzt nicht mehr genau, wo es war. Okay, dann helfen wir denen mal. Weil hier kann ich... Ehrlich als Landwirtschaft kann Arbeit nicht sein. Ja. Ja, mal gucken. Kann man denen da irgendwie helfen? Ähm, Moment. So. Haben die keine Dings? Ähm, Moment. Haben die doch. Okay, gucken wir mal. So. Gucken wir mal, dass die was zu essen haben, wenigstens. Oh, die werden angegriffen. Na, die machen das hoffentlich schon. Ressourcen, ne? Und dann... Und dann... Was zu essen. Okay. Okay, das kann ich anbauen. Mal sehen. Wo bauen wir das denn mal... ...hin? Ich würde sagen, hier so, ne? So. Okay, ja. Da habe ich leider nix. Mäis. Hä? Warte mal. So. Mäis. ich soll ja hier nicht verhungern haben wir dann auch noch ein millionen und dann würde ich sagen brauchen die glaube ich eine pumpe kommen wir mal kriegen den pumpe jetzt die quatsch pumpe ressourcen was hier da mal da mal hin so lassen wir mal so ok bewässern wir das jetzt mal ja so ein bisschen weiß ich schon semi also ein bisschen erfahrung habe ich ja schon also ist ja nicht so dass ich gar nichts weiß geschütztürme ja das ist auch eine gute idee genau das war ja so ein tutorial bei sanctuary wo man da die erste siedlung gebaut hatte da wurde ein das ja alles so auch mitgeteilt was man da so alles also war ja eine quest mehr oder weniger so heute von alleine auf oder naja gut so hoffe da freuen die sich gucken wir mal ob wir auch ein geschützturm bauen können so essen ressourcen verteidigt schutz ne müsste es ja sein geschütztürme natürlich fehlt mir da was das ist ja klar ist das ein laser geschützturm ist das ein laser geschützturm oh man da brauche ich ja noch einige teile nehmen wir hier so einen schweren geschützturm so kommen wir mal da fehlen wir noch öl brauche ich ja das ist natürlich blöd ohne öl gehen die nicht auch mit strom das wäre auch nice tja ohne öl ich weiß er hat in sanctuary öl naja ich guck mal hier hatte ich ich bin noch mal vorsorgung bei der werkbank ob ich da nicht irgendwie ich da hier hier ist kein öl das wäre das ja würde es ja nicht fehlen ja ja gut da können wir erstmal keine geschütztürme bauen aber ich glaube das ist doch schon mal gut oder da haben die schon mal ein bisschen nahrung ich hoffe die kümmert sich jetzt darum wo sind die jetzt ist denen scheißegal ich baue hier denen das hin und da interessiert sich kein schwein für ne die hauen eher ab kann ich hier noch irgendwas herstellen irgendwas heilung mäßiges ne na gut verlassen ne der ist aber neugierig was machst du da das ist echt das ist ja mein aufpasser oder was ich mache was ich will sind die denn jetzt sind die echt am pennen jetzt oder was schlafen die hier irgendwo oder ne doch die schlafen hier na gut vielleicht schlafe ich auch mal eine runde schlafen wir mal drei stunden dann ist wenigstens wieder hell hoffe ich so und sind die siedler ja die siedler sind auch schon wieder wach sehr schön aber ich glaube es sind echt mehr geworden und es ist schon eine weile her wo ich hier das letzte mal war ja mehr schutz wäre natürlich auch wenn man noch so ein wall hin bauen würde hi ich glaube wir kennen uns noch nicht wie kann ich helfen brauchst du was wir könnten lebensmittel gebrauchen alle haben ständig hunger ja ja ich habe schon was hier guck mal das kann ich hier guck mal hier habe ich vorhin gemacht gestrigen abend habe ich das hier angelegt guck mal müsst ihr euch nur drum kümmern ne hoffe das wissen die ja dass die dann sich drum kümmern ja hallo ich möchte ein paar sachen tauschen ne ach hm interessiert keinen kommt man hier gar nicht doch hier kann man ach so man kann hier einfach so durchlaufen ok ich will nur ein bisschen handeln ok ich will dir das nur sagen das kann ich nicht der hier ja das sie jetzt wieder ne ok guck mal kann man geht das hier überhaupt noch doch und Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020